heute auch schon Komponenten was Matilda 4 leckte ich immer wieder 4 mit der Arbeit der Wille für Baupanzer Mensch da oben ist der Stimmung egal Margot gewusst wird mit der Arbeit der Schreiber Mokla Ehe alles flüssig warum vielleicht der ein oder andere die es vielleicht schon zu 7.302 Dreh ich jetzt die ganze Zeit auf der Stelle ich muss da wieder mal ein bisschen aufpassen ob man nicht da irgendwie noch mal abschließt Oh ja stimmt das sieht voll geil aus der Aachen durchgucken ich hoffe die AT2 Afer dann geht aber die die da oben sind auf jeden Fall noch ein paar glaube ich ja die haben mich kaputt gemacht fahr ich da mal ein bisschen hoch wer so ein bisschen umdrehen kommt aber auch keine Runde machen wir dann noch also sterben und stellen schnell naja wir sind elf Minuten rum heißt vier Minuten muss die nächste Runde gehen ich kann nicht zum Ruckeln bringen ja den nimmst du jetzt eigentlich auch auf ja ich nehme auch sonst würde ich das nicht sagen dass ich Framework habe also schon aber das ich glaube das sehen die Leute auch würde es ja keinen interessieren tut es auch wohl nicht da ist ein Hitzer auch noch keine Runde und ich habe jetzt auch schon ein neues Projekt aufzunehmen ist auch schon zwölf Folgen sind auch schon aufgenommen was ich schon vorhin gesagt habe dass das übelst da also die Wohlwolle wo ist die Masse da 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 du Übergabe Prozent in den Berg oder was ein paar Kupfer der Direktor von der Leiche hallo Prozent nicht da und noch nicht mehr ja so auch in den 1 Uhr Prozent oder nicht Topolot Artikel 26 ist richtig wir sehen das ist ja hoffentlich nicht die Aufnahme abgeschmiert mit mir und hier geht es auch so was man hat und wir die macht nämlich hat keine Rückmeldung mehr das finde ich persönlich immer ein bisschen wenn man so alles für alle aber auch nicht vor allem keine Ausnahme gekriegt so wo war ich ich habe ein M3 Lee was willst du dann nehme ich mal hier den den die Artie noch mal die Artie auch wenn es ist ein Level 4 Arme ein ich muss mal gucken vielleicht kaufe ich mir auch Tarnung oder so die ist ja jetzt heute ein bisschen billiger was braucht Aarge den Kölzen unpraktisch alle Minuten haben wir noch man geht auf die Minute auf die Passage Naja Gefecht mache ich jetzt auch schon jetzt stell ich mir nicht so an wenn man so schnitt wird das in zwei Folgen auf jeden Fall schon mal eine geile Position im Gefecht ja total geil ich finde den Tio G zwei Sternchen richtig lustig es ist das ist hier die die was hatte ich Seeraube ist das glaube ich oder Walrus 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 da ist er Eihelige Scheiße bei wenigstens kann man durch den Rest ganz gut durch ähh wo vorstelle ich mich denn mal hin wo vorstelle ich mich denn mal hin der ist aber voll geil oh was ist denn da oben eigentlich schön kann man da einstellen wo die angedockt werden sollen ah cool da kann man einstellen was angezeigt werden soll was kann man da einstellen die Team Anzeige kannst du da einstellen was angezeigt werden soll das fällt dir aber ganz schön früh auf oder ne ist dieses noch nicht aufgefallen hier der Tio G haben wir den bei uns ja ja geil Achtung hier komme ich gerade kein Platz für dich was ist das für ein hässlicher Tio G kann man mal ganz heute hin mal drauf scopen oder ne da tut man jetzt oh hier ist gerade hier Polone ja ich habe gerade gesehen ist hier gerade angesagt ich hätte die Spiele im Zug ne macht sie nicht uh cool was auch mit einer Karawane nee kann ich ja nicht bin der Artie ach so ein bisschen Artie wo du Buhn Buhn-Spieler aber vorhin kommt er durch ja vor allem an das waren wir haben die nicht mehr angekratzt natürlich haben wir die angekratzt ich sehen KV 1 KV 1 in Sicht wo 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 wenn es kommt was was für mich mit dem BG kommen wir durch ich komme stand es ein der WG BG sie sich nicht mehr ob jetzt geht er weg er hat so was ich gewesen den hol ich mir du kommst da nicht die Treppe hoch du sagst starrt was er mit ich komme ihm mal entgegen jetzt ist er weg freundschaftlich ich denke für dich ja da hätten wir stehen aber schon so viele drinnen hätten stehen aber ich glaube ich denke mal der Wörter kaum hinfahren ich werde ihn mal abfangen Kuhn noch mit Hauptsache der Toro erhalte eine Idee schon mal von mir um die Stimmung um die jahre am Start weißt du was kamikaze ist angesagt heute das ultra in kamikaze weg daneben nein hier zur Mauer leck mich weg da kommen kann man hier anvisieren nein daneben Hallihallo boah das war knapp fuck alter wie viel ist denn da los ey yes den BT7 hatte ich zerstört ja ich hab dich gerade gescoped geil ich hab dich ja ok das war 17 Minuten haben wir schon rum ich sehe das selbst du brauchst das nicht immer erwähnen nein daneben nicht wirklich na du stehst hier in deinem Busch oh er ist so 85 der Buschmann Buschmann machen da war eine fand du auch schon nicht da rein okay der hat sich auch erledigt von mir hier in der Wache da fällt einer ich hätte es da oder Tio G, den hat gerade erledigt interessant SU100Y oh scheiße direkt auf mich zu der steht auch so beschissen, dass ich den nicht kriege so ich kann jetzt schon mal hier selbst Kanalwerbung machen wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ruhig mal einen Daumen nach oben lassen, wenn es euch nicht gefallen hat, halt einen Daumen nach unten müsst ihr selbst entscheiden und ich würde mich wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr mich auch abonnieren würde ich mich auch sehr drüber freuen ob das Schnackel steht hier gerade es hat aufgehört zu schneiden Tatsache, die Sonne scheint sogar Scheiß Schnee zu Ostern wie gesagt, ich habe ein Radio angemacht, kam erst mal schön last christmas heilige was ist A3 A4 da oben uuuhu scheiße da gibt es mir einen Kragen uuuhuuhu uuuhuuhu einmal F7 drücken und von rechts kommt ein Kapper ein M4 A3 E8 kommt jetzt da kommt auch noch alles aufeinander, ey, da kommt voll die Scheiße, ey, scheiße, 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 scheiße jetzt habe ich auch noch Frame Rockler oh, scheiße, 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 eh wo kommen wir mehr Kamikaze Kamikaze was, Kamikaze wo die heilige M4 A3 E2 ach, du heiliger, was n'weiler scheiße, denkst du dich nicht die SU 100 Y was Aua die würde ich auch haben ich glaube, der hat gesessen heilige die ist voll groß oh, scheiße da kann ich nicht dran ich glaube, du hast da gerade persönliche Probleme wir haben sie übel erwischt ja, aber Schaden dran gemacht Alter, ebenso es noch so aus und aber verlieren würden und ich sehe grad, ich krieg grad Schalb-Nachrichten von von jemandem von jemandem von jemandem nur noch 19 Schuss und ich hab irgendwie fast 20 verballert ich hab gar nicht, wie viel ich geladen hatte die Asi steht auf jeden Fall noch da hinten rum in dieser Komische kam ich nicht dran, tu mir leid nein aber der holt sich jetzt grad den VK die Asi steht hier hinten wo ok mach ich auch ja, ich kann grad nicht skypen also ich kann gleich skypen vorwärtsmarsch, Kollegen, vorwärtsmarsch ja, so sieht das aus Alter, wie schnell die hell wie schnell ja, die ist voll geil ja, die ist voll geil das hab ich nicht das hab ich mich auch übrigens registriert und meinen Soldaten erstellt jetzt ja, aber das, äh, schätze ich mal das wird von meinem Rechner nicht so geil wie alles andere auch, ne? Guck mal, die hat direkt kaputt ah, direkt kaputt los schief Kann ich nicht kam ich nicht hast du sie angeführt? ja die hat im selben Moment geschossen wie ich eben und ich hab voll drauf geklopft hab ich dir angekratzt? Ne, nicht mal egal, das war's dann auch für heute 22 Minuten, völlige Überlänge Ha, völlige Überlänge ist jetzt auch übertrieben ich will jetzt noch gucken wie die RT-Platte macht wird und jetzt habe ich schon noch jahre